Hallo meine Lieben! Schon mal Botschaft für euch vorab? Was will er dir denn gerade mitteilen? Er ist der König der Stäbe und er beobachtet dich, hat sich aber derzeit noch etwas zurückgelehnt. Doch er wird hier in seine Strahlkraft kommen. Das ist jede Menge Feuer. Das Feuer des Feuers wird seine Sonne rauskehren und wird die Dame umwerben. Allerdings wird er auch noch Masken tragen. Aber hier ist eine lodernde Energie mit dem Ast der Stäbe. Könnte sie ziemlich heiß werden, und es ist jedoch allerdings auch risikobehaftet. Sei gespannt heute auf unsere Dorfkneipe, weil die ist der absolute Oberknaller. Bis dahin freue ich mich auf euch. Bye-bye!